Ich bin Tobias, ich wollte euch jetzt noch mal kurz die Telemetrie vorstellen. Also das ist hier den Batterieblock, also haben wir zwei 6V Batterien, die wir so geschaltet haben, dass wir eben eine 12V Spannung rausbekommen. Haben wir über dieses Kabel verbunden mit dem Sender. So, dann ist noch der Sender hier mit unserer Telemetriebox verbunden. Da befindet sich das SMD, der Anyfrog und der Arduino. Also da werden die Daten verarbeitet. Und dann über das Kabel, wie gesagt, zu dem Sender geschickt. Und dieser kann es dann über die Antenne zu unserer Empfangsstation weiterleiten. Und wir haben jetzt erstmal ohne Drehzahlmessdaten das gemacht. Wir versuchen jetzt erstmal in den ersten Datenpaketen zu schreiben. Und wir haben bisher jetzt nur den GPS-Sensor und die eingebauten 3DG-Sensor und den Gyrosensor. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man so... Na, ne, die Beine sind ja... Ja, die Beine, ja, ok. Aber vielleicht machen wir so und dann... Oh, fein! Also wenn wir vom Buggy, also über ein Buggy aufnehmen, empfangen wir dann mit dieser Handfunke. Und man hört das jetzt schon. Also das sind die Einkommendaten. Und ich würde jetzt erstmal kurz hier... Also ich schließe das dann hier an. Moment. Ja. Und dann geht das hier über das Kabel in unseren Auswärtscomputer. Und da haben wir die Software UI View. Und da können wir dann die Daten anzeigen lassen. Ä과. Genau.